so und hallo und herzlich willkommen zurück zu zauberstück auf truth und das letzte mal sind wir hier stehen blieben und ok irgendwo muss ich doch hier rein ja ok irgendwo muss ich doch hier rein ok wir kommen nicht rein in das Bild kommen wir auch nicht rein ja nicht schön kommd quietly oh 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 You're just making it harder on yourself. Wo-wo-wo-wo! Ow! Ah! Ow! Ah! Oh! Ah! You're totally on time, that dude. Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ich werde doch verletzt... ah ok, ich glaube ich muss das nicht machen. Ah, wir haben zur Kruppe... Ah! Schwer, aber da... Und mit dem Silberschlüssel... Ist das schon da? Der Prinzip... Hier war... Der Prinzip... Oh, okay, ich habe die Eppel-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly. So... Ja, ne... Ach... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht... Ab jetzt! Wow! Oh! Kein Aufsichts-Boss! Yo! Alter! Töne! Töne! Das ist ja schön. Okay, Alter! Bäm, Alter! Hau ab, Alter! Oh, da muss ich noch... Okay, komm! Yes! 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 We have to seek that! der mürburgrüß die 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 Yes, level 4, geht doch! Und ich hab einen 9-Kreis! Sehr schön! Keine Einung mehr... Das ist aber jetzt nicht so gut... Jetzt machen wir mal alles mehr... Ganz schön viele noch mehr... Zum Beispiel ich kleine... Verteile? Ja, super! Dann mach ich auch nicht... Kontaktwurz... Okay... Ja, das ist immer gut... Okay... Ich hätte zu krabbeln... Das können wir natürlich auch machen... Okay... Oh... Okay... Dann haben wir erstmal wieder zu krabbeln... Und gucken mal, was er zu sagen hat... Was? Du? Du und ich, mit dir? Okay! Dieser Paladin ist bereit, zu kümmern! Willkommen zu unserer Base! Alle sind willkommen hier! Gentlemen... Thanks to the New Kid... Our entire army is assembled! It is my belief... That the New Kid deserves to rank up in level! To honor his efforts... He will no longer be called Douchebag! New Kid... I hereby dub thee... Sir Douchebag! Congratulations! But now it is time for us to take back that which is rightfully ours! A Carrier Raven has come with news that the Stick of Truth... Has not yet been taken to the Elven Forest! It is in the possession of... The Bard! The Bard?! Oh god! Not the Bard! The Bard is a level 10 Drow Elf who can use magic to enchant and destroy his enemies! Okay... Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds! Okay... I'm going to teach you how to use a ranged magic attack! It's not easy! But being able to cover spell from a distance can save you in battle! Allow me to demonstrate! Yeah! Let me show you one more time! Watch closely! Yeah! See how it works? Now you try! Way back from where you're standing! Cut the magic! Throw it at your opponent! Yes! Yes! But now let us see how you fare against a real opponent! Hey! Hey Malkinson! Malkinson! Could you come help us with something? Don't have to... Just give me... Yes? Hey Scott! Could you spar with Douchebag real quick? He's going to try out a new move! I'm God! Now Douchebag! Cup of spell! Dude! That was sweet! You threw that shit right in Scott's face! Ha! Ha! Alright Skye, go back to your post! Thank you! Use it wisely in battle, douchebag! And never on men's boss! From their boss... Der Bart schiebt den Giggling-Donke. Wir müssen ihn finden, bevor er den Stick zurück in die Oven-Forest. Lass uns den Bart finden und bringen ihn zur Justiz! Mach haste an den Giggling-Donke! Entschuldigen Wappen. Genau. Gucken. Ja, aber noch ein bisschen. Ist ja schnell eine Krone. Ja, komm. Da ist es doch wirklich. Wollen wir uns auch gleich mal mit ausrüsten. Oh ja, oh Scheiße. Ähm... Ich weiß nicht, dass... Wurste nicht, dass hier ist, aber... ...zum Kiecher in die Ere. Da ist es. Das Ende des Giggling-Donke. Pfff! Paladin, hast du sicher, dass der Bart da wegkommt? Das sagt, was die Twitter. Der Rangwein-Rabend, Butters! Entschuldigung, das sagt die Rangwein-Rabend! Sieg. Kraigen Token, guarde die dritte. Butter, Kenny, Sir Deucebag? Let's go and set it. Yo. Stay close, Sir Deucebag. The end of the giggling donkey harbors the scum of all Zaron. A glass of Meadlewine, please. No Meadlewine today, only Fairy Ale. A pint of Fairy Ale, then. So, has anyone seen the Bard lately? Ha 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 ha. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wow. Oh, oh. Oh, Jesus. It's the bar. Prepare for battle weaklings. Help fall in. Doucebag. It's a trap. You should have never come here, humans. I am a level 10 bot. And with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchan... With magical songs of enchan... With magical songs of enchan... Mag... Magical songs of enchan... With magical songs of enchan... Mag... Magical songs of enchan... With magical songs of enchan... With magical songs of enchan... Magical songs of enchan... With magical songs of enchan... Hau rein, ey. Scheiße Oh fuck Oh man ey Einfach nur Premium Ja Was? Scheiße Scheiße Was ich noch gesehen hatte Oh 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 Alter Oh shit Wow What a butt kicking Get down there and finish them up I will protect this stick of truth The bard will reward us for this Oh 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 Hurry up! Das geht um, Count! Feel my righteous fury! Hey, da! Miss me! Nope. I got your back, yo. I got your back, yo. Take this! Eat shit! Ah, nöööööööööööööööööööööööööööööööO- Das war jetzt nicht sehr premiumhaft. Sonst, ähm, genau, wie der Kaffee aussieht, ob wir ihn überhaupt noch schaffen, ohne ob das nicht genau wäre, wenn wir ihn in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss, bis morgen dann, tschauuu!